Wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung an Ihrer Ehefrau Andrea. Ihr Vorname ist... Ratzbürstig. Was sind Sie von Beruf? Trans-Kaffeetrinkerin. Natürlich ein beliebtes Thema für die Tagespresse. Liebe FreundInnen. Ein Prinzesschen, das ich jetzt noch nicht so ganz ernst nehmen kann. Verleih durch die Rede. Liebe Trans-FreundInnen. Liebe Trans-SozialmedienInnen. Liebe Trans-GrünenInnen. Liebe TranssexuellenInnen. Ihre Art und Weise, sich auszudrücken, möchte ich beanstanden. Können Sie zur Sache auch sagen. Und intimste Fragen über mich ergehen lassen, das mache ich nicht. Noch Fragen? Nein. Dann möchte ich mit Hakan fortsetzen. Vorname ist Hakan. Sind Sie Verwandte oder Verschwängermitte, Angeklagten? Mit sehr unkürzes Willen.